So, damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte. Ja, das ist die nördliche Ausfahrt des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, die ja letzte Woche noch gefehlt hat. Es tut mir leid, dass das Video so spät kam. Ich war letzte Woche krank und war da nicht wirklich in der Lage zu spielen. Es ist aber dann gegen Ende ein bisschen besser geworden bei mir und ich konnte hier diese nördliche Ausfahrt, die ja unter anderem auch anfangs im Stream entstanden ist, konnte ich fertigstellen. Besser gesagt, die Strecke Richtung Duisburg ist fertiggestellt, die Anbindung Richtung Wuppertal fehlt leider immer noch. Das wird dann im nächsten Video folgen. Hier sehen wir schon mal die Güterumfahrung von Düsseldorf, die dann hier unten wieder in die Hauptstrecke mündet. Da muss sich wahrscheinlich dann hier noch diese Industrie voll abreißen. Aber schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Ich persönlich, ja, für meine eigene Meinung, finde ja, mir ist die nördliche Ausfahrt deutlich besser gelungen. Einerseits durch die gebogenen Bahnsteige, die ja der Bahnhof wirklich hat. Einerseits hier mit Spitz, hier flachem Ende und hier wieder Spitzenende. Also da finde ich, ist mir der nördliche Teil deutlich besser gelungen als hier dieser südliche Teil, der im Grunde nur gerade ausgeht. Da muss ich noch mal gucken, ob ich den vielleicht umbaue. Ansonsten habe ich hier die Zwischenflächen ein bisschen begrünt. Ich habe hier dieses Gleis begrünt. Ich habe es mir auf Google Maps angeschaut. Da ist auch ein bisschen Begrünung. Und da stehen im Grunde, also hier steht immer dieser Instandhaltungszug. Und hier drüben haben wir nochmal einen. Es sagt gleich, dass ich ziemlich, ziemlich spät erst entdeckt habe. Da steht eine alte Lok drauf. Mal gucken, ob ich das Ganze dann auch so realisiere. Ein Problem hätten wir ja, dieser Instandhaltungszug, den gibt es noch gar nicht. Also da müssen wir dann irgendwie Kompromisse ziehen. Wie wir sehen, haben wir auch schon Bahnverkehr. Und zwar habe ich die ganzen Linien, die ja früher dort oben im Düsseldorfer Flughafen geendet haben, habe ich alle schon verlängert. Hier nach Düsseldorf Hauptbahnhof Rhein. Und ich habe mir sehr, sehr, sehr viele Videos angeguckt über die Linien, wie sie denn verfahren. Denn diese Linien, diese Regiolinien, die über diese S-Bahn-Gleise reinkommen, die haben eine sehr, sehr komische Wegführung hier. Vor allem auch ist es sehr, sehr langsam. Also für die beginnt ab hier vorne schon 40. Das heißt, diese Züge, die in dem Bahnhof hier enden, die fahren hier mit 40 und können dann wieder beschleunigen auf 60. Hier, das hat einfach dem zufolge, weil die ausfahrenden Züge hier schon auf 60 beschleunigen können. Das ist halt leider Transportfieber. Da kann ich nur eine Gleisgeschwindigkeit machen und kann da leider nicht sagen, ich möchte in diese Richtung diese Geschwindigkeit und in die andere hätte ich gerne eine höhere. Das geht leider in Transportfieber nicht. Schade drum. Aber sonst, wir haben hier oben generell Bahnhofsvorfeld 40. Und wie gesagt, ab hier die Einfahrt für die Regios ist auch schon ab 40 limitiert. Ich hatte hier anfangs mit der Brücke ein paar Schwierigkeiten und musste mich dann letztendlich dazu entscheiden, da zwei Brücken daraus zu machen. Wie wir hier sehen, wir haben hier mittendrin nochmal ein Geländer. Es funktionierte anders einfach nicht. Und ich habe mich auch gegen Flying Junctions entschieden, weil wir sonst hier mit diesem Gleis nicht weggehen konnten. Und deshalb habe ich mich einfach auf Brücken entschieden. Es tut mir jetzt furchtbar leid, wer jetzt hier Flying Junctions sehen wollte. Ich finde aber diese Lösung mit den Brücken allgemein auch nicht schlecht. So, was kommt als nächstes? Als nächstes werde ich hier diese Häuserreihe hier fertig bauen. Ich werde mal den Düsseldorfer Hauptbahnhof dekorieren. Denn wir haben natürlich hier seitlich an Gleis 20 eine riesige Mauerwand dran, die von dem Parkhaus ist. Und das möchte ich natürlich auch realisieren. Das heißt, genau hier ans Gleis hin, zack, kommt eine Mauerwand hin, die ist ein bisschen höher als das Dach hier. Und dann ist der ganze Bahnhof nämlich eingekesselt. Und dann würde ich mal sagen, sieht die Einfahrt mal schon mal so aus, wie ich es in den Videos gesehen habe. Und dann bin ich schon mal ein bisschen zufriedener. Zudem habe ich hier schon alles ein bisschen begrünt. Hier unter den Brücken noch nicht, weil ich mich da noch nicht richtig entschlossen habe, ob ich da auch begrünen soll. Ob ich da eher nur Schotter hinstellen soll oder das bin ich mir noch am überlegen. Auf jeden Fall ist jetzt als nächstes geplant die Ausdekorierung des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Und natürlich der Weiterbau in Richtung Süden. Hier die Anbindung Richtung Neuss. Das würde mich auch noch brennend interessieren, wie ich das denn mache. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Das ist alles noch eine Aufgabe. Da habe ich noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber ansonsten würde ich mal sagen, ist das doch schon wirklich ein gutes Bild des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. So, was gab es denn letztes Mal noch nicht? Genau, wir haben hier diese komplette Anbindung mit dem Güterunterwurf hier auf die andere Seite. Und haben dann hier die Haltestelle Düsseldorf-Werr-Wahn. Wer, Hahn, Entschuldigung. Da füttern später hier eine Brücke drüber, wo dann Abgänge sind auf den Bahnsteig. Wie ich das Ganze realisiere, ich denke mal mit Joe Fritz Mod. Was anderes fällt mir gerade im Moment leider nicht ein. Dann haben wir hier natürlich Düsseldorf-Dehrendorf als V-Bahnhof. Das Ganze alles mit den platzierbaren Bahnhofassets. Auch hier kommt wieder eine Brücke drüber später, wo dann von der Brücke auf die Bahnsteige eine Treppe verläuft. Und wie gesagt, das Ganze wird dann höchstwahrscheinlich mit Joe Fritz Mod passieren. Dann haben wir hier den Abzweig der S6 in Richtung Essen. Das habe ich, wie gesagt, schon fertiggestellt. Hier haben wir noch das Gütergleis. Oh, jetzt leckt es. Dann haben wir hier die Güteranlagen von Dehrendorf. Die muss ich dann hier noch ein bisschen anpassen, weil da gehen wir unten in die Steigung rein. Und da muss ich noch gucken, wie ich das mit den Weichen mache. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wie wir sehen, wir haben hier die S1 und die S6 schon in Betrieb. Das freut mich wirklich sehr. Und dann habe ich hier oben auch gleich nicht verwirren lassen durch die Gleise, die habe ich platziert, damit das Gelände aufgeschüttet wird. Dann haben wir hier oben Rad, Düsseldorf-Rad-Mitte. Habe ich die Spitzkehren noch nicht umbenannt. Und ich weiß, das Ganze sieht sehr, sehr gestaucht aus, aber ich hatte halt das als Vorgabe und musste das anbinden, sage ich mal. Und ich kann mal sagen, Gott sei Dank ist dieses gerade Stück 140 Meter lang, um hier einen S-Bahn halt reinzumachen für eine doppelgleisige, ach Quatsch, eine Doppeltraktion S-Bahn. Also das war wirklich Glück, weil sonst dieses Stück ist eigentlich viel, viel, viel länger, kann man eigentlich sagen. Aber da habe ich mich wahrscheinlich irgendwie verbaut. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das hier oben schön geworden. Dann habe ich hier komplett Düsseldorf-Rad genau, Düsseldorf-Rad neu gebaut. Ich habe hier auch wieder die Spitzkehren verwendet. Hier und hier hinten, genau. Und habe auch hier den Düsseldorf-Rad Güterbereich direkt drangebaut. Dort sind auch Flügelsignale, habe ich in Videos gesehen. Also werden hier auch Flügelsignale verbaut. Ich bin da auch mittlerweile so auf dem Trip, wenn ich jetzt die Strecken sehe und ich sehe, das sind Flügelsignale, dann müssen bei mir dann leider auch Flügelsignale hin, denn das ist ja in Wirklichkeit auch so. Früher habe ich da nicht so großen Wert drauf gelegt, ob da jetzt die Signale sind, ob da jetzt die richtigen Signale sind, ob die an der richtigen Stelle sind. Aber mittlerweile ist das mir dann doch auch wichtig geworden. Das habe ich auch komplett neu gebaut, da das Ganze jetzt auf einem Damm ist und etwas erhöht um ein paar Meter. Ja, muss ich das komplett neu bauen. Bis hier zur Anschlussstelle Rattingen-Ost ist hier und hier haben wir den Güterbereich von Rattingen-Ost, denke ich mal. Genau, hier sind ein paar Abstellgleise und dann geht es, wie gesagt, hier hinten nach Essen rein. Dann geht es hier in der Hauptstrecke weiter, natürlich sechsgleisig, auch wieder zu diesem wunderschönen V-Bahnhof. Da habe ich die Düsseldorfer Bahnsteige verwendet, denn dort sind die Bahnsteige etwas breiter, denn die Standardbahnsteige haben mir hier nicht gereicht, da das V zu groß ist. Aber da sind wir hier auf jeden Fall in Düsseldorf-Unterrad, wo dann auch der Abzweig der S11 später ist, Richtung Düsseldorf Flughafen. Das Ganze ist nämlich hier. Düsseldorf Flughafen Terminal heißt die Haltestelle und dann sind wir auch schon im Düsseldorf Flughafen, wo dann diese Regio-Strecke und die S-Bahn-Strecke, diese vier linken Gleise hier, wieder zu einer Strecke werden und natürlich unsere Hauptstrecke und mit dem Spezialbahnhof von Düsseldorf Flughafen, mit dem unterirdischen Bahnhof noch mit dran. Also das finde ich wirklich noch gut gelungen, weil ich wollte den ja anfangs komplett raussetzen, habe ich aber gesagt, nee, 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 nee. Die Hälfte ist drin, die Hälfte ist unter die Erde, unter der Erde. Irgendwie muss ich das hinbekommen. Und dann habe ich diese Lösung hier gefunden, aber das kennt ihr ja alles schon bereits. Wie gesagt, das ist alles entstanden. Ich habe auch schon in Duisburg angefangen mit Blätten und mit den ersten Straßen. Die sind wirklich mit Google Maps und mit Google Earth so gezogen, wie sie in der Realität im Grunde sind. Hier diese große vierspurige Straße, die dann hier weiter geht über die Autobahn bis hier hinten irgendwo nach Düsseldorf-Wennwedau, die dann hier in eine zweispurige Straße übergeht. Und ich habe den ganzen, wie gesagt, ich habe die ganze Fläche hier geebnet, bis ich das erstmal hatte. Das war, ja, das hat etwas länger gedauert. Ich habe hier diese kleine Flying Junction umbauen müssen, denn, ähm, ich muss hier noch eine Autobahn durchkriegen, ist mir aufgefallen. Die A40 muss ich hier noch durchbekommen. Aber auch hier werde ich dann einen Kompromiss machen, denn die A40 würde normalerweise hier oben langlaufen, jetzt wo etwa diese, diese, Stadtstraße ist und würde sich hier irgendwo mit dieser Autobahn kreuzen. Aber, da die Map ja so klein ist, ähm, muss ich die Autobahn dann leider hier reinführen und dann irgendwo hier wieder raus, ja, oder, oder gar nicht raus, dass man die A40, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Autobahnen dort oben in NRW, ähm, das sind einfach bauliche Fehler, die die Map mir nicht hergibt, da die, diese Auflösung zu, von, von Modellbahnen oder von Transportfever zur Realität, die ist einfach auf dieser Map zu groß, muss ich sagen. So, dann werde, da werde ich heute weiterbauen und die nächsten Tage, vielleicht auch dann im Stream, Team, denn wir haben im Grunde die wichtigsten, ähm, schienbedingten Sachen fertig gebaut, wir haben jetzt hier Düsseldorf, wie gesagt, die eine Seite vollendet, jetzt werde ich mich so langsam mal anders bauliche, städtliche machen und werde hier mal Düsseldorf entstehen lassen, oh, äh, Quatsch, Duisburg und werde dann wahrscheinlich übergehen zu Düsseldorf, aber das werdet ihr dann alles in den nächsten Videos sehen. So, ich hoffe, es hat euch alles ein bisschen gefallen, was ihr so gesehen habt und, ja, bei mir sind bislang nur Schienen, ich weiß, aber ich möchte nun so langsam übergehen in den Städtebau, deshalb, falls ihr da irgendwelche Ideen oder Wünsche, Anregungen habt, falls ihr dort irgendwo wohnt, dann gerne unten in die Kommentare oder jederzeit eben im Teamspeak reinkommen, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, macht's gut, bis dann, ciao, ciao.